Hallo und herzlich willkommen zur Mittwochs Ausgabe der Blogwoche. Heute habe ich mal wieder den ganzen Tag geschlafen, aber auch heute wirklich den ganzen Tag und zwar vom Vormittagessen bis zum Abendessen, das heißt ich habe die Klopse verpasst und nur zwei bekommen, was ein bisschen schade ist, aber naja. Ansonsten war ich gerade eben bei Mediamarkt und habe mal ein Stativ geguckt und herausgefunden, dass die Kamera auf Dauer doch nichts für mich ist. Ich werde die wieder zurückschicken und mir eine Canon Lagria HF R46 holen oder 47. Auf jeden Fall diese großen Camcorder von Canon, die kosten auch nicht mehr so viel, haben auch ganz gute Mikrofone und einen ziemlich großen Zoom, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht brauche, weil ich bin eigentlich gar kein Freund von Zoom. Aber naja, dann muss man sich halt irgendwie auch mit arrangieren und immer noch besser, als wenn ich jetzt irgendwie das hier habe und damit keine richtigen Action-Sachen machen kann, was ich mir privat mache, weil die Videos mit Action, die kann ich hier nicht hochladen, weil der Leute drin sind, die ich nicht die Upload-Rechte habe. Naja, ganz kurz, ich möchte euch noch schnell einen Kanal empfehlen und zwar, der Typ heißt Tom, der macht ein Spiel, das heißt Hard Eaters und sein Kanal heißt Let's Game Dev und da ist der Typ. Und ich bin ganz ehrlich, der hat viel zu wenig Abonnenten, der hat gerade erstmal 5744. Ich habe natürlich auch viel zu wenig Abonnenten, aber bei mir ist das ja was anderes, weil er ist halt wirklich, keine Ahnung, er ist wirklich nur sehr wenige, was ich da schade finde, weil er macht sehr gute Videos. Und er erklärt halt jedes Mal mit, was er an seinem Spiel verändert und ich habe mir jetzt alle 60 Videos, ohne die Mathe-Videos, also alle 80 Videos, habe die Mathe-Videos ausgemacht, nicht geguckt. Und der macht wirklich ziemlich geilen Content, also den Kanal kann ich euch wirklich nur empfehlen. Let's Game Dev, ich packe den Link mal in die Beschreibung. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt, denn ich muss jetzt noch zwei Videos hochladen und noch was essen. Ow!